Hier drängt sich jemand auf, ne? Mieke, kannst du noch deine Kunststücke? Nicht mehr? Sag mal Hallo. Sag mal Hallo. Sagst du mal richtig Hallo? Jawoll, gut gemacht. Magst du Pizza essen? Nein. Dann war das ja gerade das Falsche. Und du? Du bist so ein Riese geworden. Guck mal, was du für ein Riese bist. Kann man euch bei... Nee, jetzt geht es den Berg hoch. Das Rie ist auch da. Hallo, Zara, mein Reh. Hallo, Zara, mein Reh. Und Digga wurde gerade vom Ponymann getreten. Aber nur so angedeutet. Nee, Digga? Dabei wolltest du nur spielen, ne? Ach, guck mal. Unser ständiger Begleiter. Die hat auch gar keine Angst, ne? Sag mal. So, und Cheffi hat sich hier auf die Seite gestellt. Und mümmelt noch den Schnee. Ponymann! Jetzt wird erst mal getrunken, ne? Nee, erst mal Ponymann wegjagen. Erst mal alle grundsätzlich wegjagen. Weil man ist ja sauer, weil er hat ja wieder seinen Pulli angekriegt. Aha. Deshalb nämlich. Weil du immer was mit deiner Lunge hast, ne? Oh, ist der sauer. Digga, komm! Digga, komm her! Guck. Digga, hier! Lalo! Was bist du heute? Hast du Groll und Ärger? Na komm, dann los. Dann lauf mit mir, komm! Also, dann stell dich nicht so an jetzt. Komm. Sei mal einmalartig. Du bist doch sonst so ein feiner Kerl. Ja. Hat gut geschmeckt, ne? So viele schöne Karotten hast du gekriegt, ne? Ist das fein? Oh ja, hier. Madame Mieke teilt ja den Pullover. Den Pullover-Ärgernis. Das Pullover-Ärgernis. Oh, ist der sauer. Du bist nie sauer, ne? Du bist immer fröhlich, ne? Du kleiner Tapir, du. Du bist immer fröhlich, ne? Fröhlich, fröhlich. Fröhlich. So fröhlich war ich nie. Vielleicht sollten wir dich Alfred J. Quark nennen. Aber die ist ja so groß geworden. Also, ich stehe jetzt hier schon mit meinem Hals. Wahnsinn, ne? Man kann die Ausmaße ja so schlecht hier zu sehen, ne? Kann man ja nicht, ne? Oh, wer kommt da? Da, Akira, geht den Baum hoch. Schau. Wo ist sie? Nicht, dass du dich jetzt gleich erschreckst, Fiona, und dann liege ich unter dir. Das ist dein Freund, ne? Paniman ist jetzt immer dein Freund. Der schneeessende Freund. Ja. Oh. Ein süßes Pärchen seid ihr. Ganz ein süßes, süßes Pärchen. Ja. Na, Digga, was sagst du? Hm? Sind wir fertig? Ach, so kleines, süßes Pony, ne? Mein kleines, süßes Pony. Ja, du bist ja eh die Beste hier, ne? Du bist ja eh die Beste, ne? Fiona, bist du die Beste? Komm, wir machen mal eine schicke Frisur. So. Machen wir so. Oh. Ne. Das sieht nicht aus. Hm? Typ? Sei froh, dass du keine Decke drauf haben musst, ne? Und die anderen sind ohne dich euch gegangen. Was machen die denn da? Hm? Was machen die da? Oh, oh. Du bist auch ein Trampel, du. Na, das weiß man nicht, was die da hinten wollen, ne? Du kleines Trampeltier. Du kleines Trampeltier. Hast meine Hand komplett dreckig gemacht. Ja. So, Fiona. Wo soll eigentlich deine Grüße noch hingehen? Du bist noch nicht mal drei. Wo solltest du noch hingehen? Hm? Die Gelenke alleine, du. Was ist denn hier los? Ja. Gut. Dann gehen wir jetzt zu den anderen, ne? Dicker, komm her. Ja. Ja.